Hallo und herzlich willkommen im Europa-Bad, Ihrem Erlebnisbad in Karlsruhe. Folgen Sie mir auf unserer virtuellen Entdeckungstour. Erkunden Sie gemeinsam mit Ihren Kindern unsere Kaidehai-Kinderwelt. In zwei Teilbereichen haben sowohl die ganz kleinen Ehren Spaß als auch die wagemutigen Piraten. Ein Piratenschiff mit Hängebrücke, zahlreiche Rutschen, Wasserkanonen und Kiffeimer. Auf unserer kailaktischen Inselwelt wird es garantiert nicht langweilig. Wer eher die Entspannung sucht, kann in unserem paradiesischen Saunagarten seine Seele baumeln lassen. Relaxen Sie auf einer der zahlreichen bequemen Liegen und lassen Sie Ihren Blick durch das erholsame Grün schweifen. Gewinnen Sie neue Kräfte und Lebendigkeit in unserem karelischen Saunadorf und lassen Sie sich vom skandinavischen Flair bezaubern. Ebenso warten sieben einzigartige Saunen darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. In unserer Druidensauna brodelt aus einem massiven Steinofen ein Zaubertrank aus frischen und hauseigenen Kräutern. Lauschen Sie einer von zwölf Sagen aus dem Mittelalter und tauchen Sie ein in die Welt der Druiden. Mystische Klänge und fackelartige Wandleuchten versetzen Sie in unserer Excalibur-Sauna zurück in die Zeit des Mittelalters. Genießen Sie als Ritter oder Burgfräulein der Aufgussrunde ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Eine Abkühlung finden Sie in der arktischen Kälte unserer Eislounge. Erfrischender Minzeduft, wunderschöne Naturaufnahmen und ein Stalapnid als Eisbrunnen lassen Sie die Arktis mit all Ihren Sinnen erleben. Vielen Dank für Ihren virtuellen Besuch. Bis bald im Europabad Karlsruhe.